und heute spielen wir mal wie ihr hier sehen könnt wieder die sender ja ich habe das erste außersehen ohne tun tatsächlich deswegen machen wir jetzt hier warte auf genau wir sehen uns gleich wieder so wie künftig okay Aber jetzt schon. Mensch, so. Jetzt aber. Da haben wir noch zwei Leben. Perfekt. Ja. Immer an dieser Kack-Stelle. Okay. Okay, also da muss ich hinweg. Gut machen bleibt. Okay, ich mach ein Vorder-Ding. Das Ding. Wow. Ah. Dann geh ich da einfach langsam drüber. Dann geh ich da einfach langsam drüber. Dann muss ich wohl neu starten, Leute. Leute, da bin ich wieder. Und wir legen auch direkt los. Das bleibt jetzt gut in der Luft. Ja, das habe ich ja gerade so gemacht. Ohne Ton. Und. Aber egal. Das schaffen wir. Nein. Ich hab's verpasst. Ich hab's verpasst. Scheiße. Nein. Ja, das Ziel ist ja eh hier. Um. Okay. Gefahrenszone mal jetzt nicht. Ich werde da freilich wieder verkacken, Leute. So, Leute. Wir legen los. Let's go. Autsch. Okay, let's go. Let's shovels. Nein. Also da muss ich, glaube ich, springen ein bisschen. Weißt du was, was ich jetzt mache, Leute? Einfach den hier. Boah. Weißt du, zu wenig Schwung. Mann. Ich bin zu dumm. Also ich bin einfach zu dumm. Egal. So. So. Ja, da hinten kann ich es jetzt nochmal probieren. Okay. Perfekt. Perfekt. Immerhin das Ziel. Machen wir jetzt mal das Seil hier. Keine Ahnung, was das sein soll. So, let's go. Ich habe nur noch den letzten Versuch. Stimmt. Ich mache zwei Rücken. Ich mache zwei Rücken. Einen habe ich gemacht. Zweiten habe ich gemacht. Baum. Baum. Leute, sorry. Ich musste gerade ein bisschen bremsen. war ich nämlich ein leben ein leben habe ich jetzt bekommen weniger kurven alle strecken haben weniger kurven passiert mehr stanz auf alle strecken alle strecken haben eine höhere schweigung alle strecken haben mehr wir fahren jetzt mach ich diese kacke mit so leute let's go jetzt mach diese kacke mit hier eigentlich das ziel von 50 auch wie ähnlich wobei könnte ich schocken so so komm schon ne schaffe ich nicht nicht geschafft aber ganz knapp geschafft jetzt welchen ziel machen mit dauerlich macht zwei beinahe joe wie schnell war ich gerade ja gut leute das wasser wo was dann aber wieder komplett so leute dann bin ich wieder alle hier macht zwei bein warum hängt diese karte okay okay let's go da war ich zu langsam deswegen muss ich vor dem weg okay Okay. Nice. Ich habe zwar nicht die Brümel geschafft, aber... Gehen wir mal hier bei den Kuren rein. So. Das ist auch die letzte Part, Leute. Machen zwei Seiten. Okay. Wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Ey! Da mache ich da halt kein... Hm, wie dumm bin ich. Ich schaffe da gerade gar nichts, weil sie... Ja, Backflip geht natürlich, ne? Da hätte ich ein Salto machen können. Ich habe nicht gesehen, dass es nicht geht. Naja, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Liken. Ein Abo da. Habt noch einen traumhafen Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao. 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 Untertitelung. BR 2018